Was ist mit Anschlägen durch den islamischen Staat, gerade auf die Hasara? Ich frage gerade nach der Bedrohung durch den sogenannten islamischen Staat, als plötzlich Schüsse fallen. Wie ihr es gerade gesehen habt, es gab einen Schuss. Wir wissen nicht, wo er herkam oder auf wen er gerichtet war, aber zur Sicherheit gehen wir mal ein bisschen vom Dach runter.